Wie findet ihr das neue Punktesystem eigentlich? Ich finde es ganz cool, weil die Kontinente nicht die ganze Zeit... Yo Leute, willkommen zurück zu Blendezeit 2 mit Markus und Sven und mir. Yeah! Sven geht mal schon wieder hart auf die Eier. Aber real hart. Okay, das Ding ist immer noch das Halloween, obwohl Halloween hier schon rum ist. Ja, äh, ich werde dich nicht über Bonus XP. Nö, nö, keinesfalls. Wohin gehen wir? Mach mal was. Da bringst du dich einfach um, der Depp. Was hast du jetzt gezogen? Reaver. Ah, super, muss ich mir auch einziehen. Na, so war ich. Die Aufnahme ist ja wieder von Arsch. Na, weißt du, dass ich nicht fliegen kann. Vor allem ist hier wieder so nebelig, ich seh nix. Ja, so ultra neblig. Ja, ist brutal neblig. Oh oh. Ja, ultra. Ja, ultra junger. Ist das am ultra? Oder ist es einfach, weil es einfach so ist? Ist es, weil es so ist, Alter. Ist das neblig, war es so schön? Noch nie, oder? Ja, so neblig, auch vor Sinn in der Luft. Immer. Zum Glück habe ich Thermal drauf. Thermal drauf? Ja, auf der Raketen. Ja, wenn du Brecher hast, okay, beim Rest nicht okay. Entschuldigung, habe ich Brecher. Spiel mit euch. Brecher. Ja, ich habe keine Brecher, ich habe Coyote-Raketen. Wihi, oh oh. Und tschüss. Und schon ist der Weaver Kopf. Du kommst echt jetzt? Ja. Was ist das? Ich habe ein Damage gemacht. Gott. Oh, du bist angegriffen. War mega hart. Ja, ich weiß. Ich habe ein paar Raketen auf mich okay. Und ich habe mich ganz gechillt zurückgezogen. Danke, Boss. Also, ich dachte, das ist gar nicht ein bisschen schwerer. Oh, jetzt kommen sie alle. Echt? Was kommt? Raketenanflug ist bereit. Wo sind die? Kommt doch gar keiner. Rechts. Ja, markier mal. Wo habe ich? Nee, ich habe noch keine Leute auf der Karte. Entschuldigung, aber... Ah doch, da hinten. Einen habe ich markiert. Da ist auch einer. Da ist auch einer. Ich habe einen. No, das. Der will hunderte Red Oktober. Aber ich glaube, einer hat die Flugabwehr oder so. Ja, einer hat die Flugabwehr. Aber ich habe schon wieder volles Leben. Oh! Flugabwehr. Jetzt hast du kein volles mehr Leben mehr. Nee, das haben die mir gut gegeben. Aber ich habe überlebt. Da kommen auch welche. Oh, so eine Herde. Krass, andere Pro. Da kommen wir die nicht mehr hin. 15 Sekunden. Aber... Markus, der Typ, der aus dem Flugabwehr gleich raus fliegt, schnapp dir den. Wenn ihr die Base einnehmen, fliegt der raus aus dem Turrent. Da kommt das Ding. Die Lippe über uns. Die Lippe ist auch uncool. Wo ist die? Die Stimmen. Direkt über uns. Die kippt uns gerade hart. Und die nicht. Wie hoch ist die? Ach da. Die ist total niedrig. Ziemlich niedrig. Die ist schon weg. Der Tipp. So, wo wir ihn jetzt? Warte ich ja klar. Nicht der Base. Ja, wir können drei. Wir können Huracan, Nathan und Xiab. 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 Huracan, Alter. Oh, fuck. Hier sind zwei Lips. Okay, jetzt mach ich den Abgang. Markus, wo bist du? Hol mal ein Fahrzeug oder so irgendwas. Ich bin ganz, äh, verlegt. Ah, verlegen kann man? Ja, ich gehe Kern Station und hole Sandor. Ich kann sogar mit einsteigen, wenn du wirst. Wenn du gespawnt hast, schon kann ich einsteigen, ja. Mal schauen, wie ich Turn dich benutze. Nö. Ich hab irgendwas an mir dranhängen. Ich brauch ich nur irgendwas Anti-Air. Na, wo denn? Bin immer noch Gurney. Wo bin ich hin? Huracan. Ja, ihr seid echt so hilfreich. Ich bin im verlegen Bildschirm. Ich kann ja nichts machen. Was willst du denn? Ja, warum verlegt ihr euch auch, wenn ich dreimal sag, dass Gurren ich zwei Dips hab? Nee, ich hab schon vor ungefähr einer Minute gesagt, dass ich zwei Lips an mir hab. Ja, da haben wir uns schon verlegt, ja. Nee, hab die nicht. So. Da war ich noch an der Nebenbase. Es ist locker schon eine Minute her. Warum verlegt ihr euch eine Minute lang? Ja, weil man nicht wissen, was man mache. Ich weiß, dass ich bei Markus in das Sanderer spawnen. Aber das geht nicht. Und dann bin ich jetzt hier bei Huracan Sausern. Und... Mach ich das... Terminal sei kaputt. Oder auch nicht. Richtung. Ja. Falsch Richtung. Fragst du auch noch? Weißt du das nicht? Komm zu Huracan Sausern. Ja, dabei. Ja, und du fällst gefahren. Du hast auch keinen Führerschein. Lass Sven fahren, der hat einen Führerschein. Hoffe ich doch mal zumindest. Jetzt kommt der von der Seite. Ich hab nicht nur einen Führerschein. Ich werde sogar dein Führerschein. Soll ich mal wieder den Führerschein nachspielen. Soll ich ihn ablenken. Soll ich mal mal Führers spielen. Der Wichser. Kennt ihr den Film? Der Wichser. Der Wichser. Der Wichser. Der Wichser. Ja. Tau geil. Und dann kommt ja auch der Spruch von... So von seinem Bad. Das soll ich noch meine Führerspiele. Ich brauche noch den Führersanöver. Was? Wir haben 50% Rabatt auf Fahrzeuge. Wollte ich dir nur gesagt haben. Cool. Schwere gegnerische Einheiten. Ja. Weil uns gehört... Das gehört uns eigentlich. Esamir. Genau. Wie findet ihr das neue Punktesystem eigentlich? Ganz ganz cool, weil die Kontinente nicht die ganze Zeit gelockt werden. Aber irgendwie auch scheiße, weil es super hart ist, ein Kontinent zu locken. Und Sting wird einfach nie... 1K wird einfach nie ein Kontinent erobern. Wir besitzen übrigens gar Esamir. Fast nie. Aber nie. Boah, alter! Aha, footer down. Ja, aber ich habe den Sandra mitgenommen. Und er hat wiederbelebt. Was dem Scheiße. Ja. Da steht Sandra direkt gegenüber von uns. Aber ich habe nicht gewusst, ob es unseres oder nicht ist. Aber ich verstehe irgendwie nicht. Du kriegst Punkte, wenn du den halben Kontinent hast, kriegst du einen Punkt. Oder zwei Punkte. Hm? Dann hast du das, dann kriegst du nochmal Punkte. Dann hast du jedes, dann kriegst du nochmal Punkte. Ja, und wenn du 10 Punkte gesamt hast, dann gehört dir der ganze Kontinent. Du kriegst, glaube ich, für die Verstärkerstation kriegst du Punkte. Wenn du alle drei Verstärkerstationen hast, kriegst du auch Punkte. Ja, richtig. Und Biolabs gibt, glaube ich, auch Punkte. Ey, irgendjemand steht hinter mir. Welcher Pizza steht hinter mir? Ein Lightning, random. Nehmen wir uns den Arsch da wegbewegen. Dankeschön, der hat mich gerade fast getötet. Nämlich jetzt hat bei dir Tirana vier Punkte. Ja, und es gibt Punkte, die hast du immer und es gibt Punkte, die verlierst du. Zum Beispiel die oben, die permanenten Punkte, die hast du für immer. Und unten diese Punkte, die gehen wieder weg mit der Zeit. Unten? Ja, die Gebietskontrollenpunkte hast du noch so lange, wie du die Gebietskontrolle auch wirklich hast. Ach so. Schlechsten Leute, Tirana bitte. Keine Ahnung, ich habe auch gerade drei Stück von dem weggeschnittert. Ich habe gestern, ich habe den Screenshot nicht gespeichert. Ich habe jetzt schon 12.000 oder 13.000 Punkte. Ich habe allein ein Ding eingenommen. Ähm. Und noch einen der 100er getötet. Okay, ich muss mal wieder ein Stück zurückfahren, weil die nehmen mich gerade wieder unter Sperrfeuer. Alter. Sanitäter hier, ich blick nicht zusammen. Ich bin so ein scheiß Spion. Ja, ich habe ihn. Ich muss mich gestresst haben. Der hat mich hart genutzt, der hat mich bis auf einen. Boah, shit, das war eine. Oh, da kommt zwei. Ja, da kommt kein Abmicht davon, scheiße. Scheiße. Vermutlich ein Level 34er. Haben die am A noch, oder? Nein, nicht mehr. Mh, A flippt gerade. Oh Gott. Aber ich sehe keine Gegner bei A. Sonst kann ich was gegen die tun. Nee, ganz nee. Das sind Einzelne. Ich bin Ingenieur. Ich repariere dich. Oh, da. Und da. Wo kommt denn der jetzt her? Der ist plötzlich gestorben. Scheiße, Max. Wo? Da, drinnen. Ja. Das Geräusch. Oh. Sorry, ich sehe die nicht, Markus. Du musst einfach zur Treppe hingehen und dann hinschauen. Okay. Wir müssen doch diese Dreckstation jetzt eingenommen kriegen. So schwer wäre das doch nicht sein. Ja, ich habe sie jetzt gesehen, aber ich kriege sie nicht in den Rohr rein. Oh, Mann. Warum siehst du nicht, dass eine Leichte hinter mir steht? Wenn ich so deine Max ausschalten will, ich würde gesprengt. Ah, wie sieht das aus? Kann ich alles sehen, oder was? Ich habe keinen, keine Ahnung, so ein Hack, wo man alles sehen kann. Ne, bei C-O-Dies, oder so. Soll ich mir einen Viper Sundy mal holen? Einfach mit Viper reinmaler? Ja, ich sehe da für die ganze Zeit abgeladen, ne. Meint ihr, ich kann dann mit Viper was reißen? Oh, voilà. Vielleicht überhaupt was reißen? Ja, kannst du schon, ne? Vielleicht auch. Jetzt habe ich mich wieder in der Max gekillt. Ich probier's mal mit einem Viper. Oder mit einem Heat. Ja, fuck, ich werde beschossen. Helf mir lieber und schwitz nicht zu viel Fäse. Komm mit dem Heat. Ne, mit dem Viper. Boah, Mann, jetzt bin ich schon wieder tot. Alter, es sind nicht zu viele. Natürlich, wenn es zu viele sind, soll ich was machen? Ja, eben. Wenn es zu viele mal gescheit. Wenn es zu viele sind, ist es ganz gut, weil ich komme jetzt mit dem Viper Sundy, der ist einfach rein, ne? Das war Liquor. Bis zum nächsten Mal.